Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Wir sind im Finale der letzten Kampagne und sind jetzt gerade dabei, uns auf den Gegenangriff Mordor vorzubereiten. Bevor wir die Festung stürmen, werden wir den Gegenangriff hier draußen, ja, abwarten sozusagen. Dann brauchen wir nichts. Ah ja, genau, die Zwerge hier oben müssen wir ja auch noch ein bisschen was machen. Das geht gerade nicht, tausend. Man sollte meinen, so viele Rohstoffgebäude, wie wir jetzt gebaut haben, sollte das alles ein bisschen schneller steigen, aber nein, tut es noch nicht. Hier fehlt auch noch was. Okay, dann hier. Ja, ich weiß. Hier zum Beispiel. Du baust. Hier was im Laufe. Mach mal hier. Hier mit dem, mit dem Post-Wort, doch. Was machen die? Wer? Warum machen die sowas? Wir müssen das Land verteidigen. So, Tom, mach du das mal. Kommt die hier. Achso, nee, das ist so ein Ding. So, haut den noch weg. Wo sollen wir bauen? Baumaterial ist unterwegs. Wir müssen handeln. So, hier bauen wir weiter aus. Hier auch. Wir müssen ihn standhalten. So, alles andere lassen wir mal. Obwohl... Wenn ich hier oben wenigstens schon mal mit dem Ding hier reingehe... Kann ich doch für einiges an Unruhe sorgen. So, die Zwerge kriege ich wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig ausgerüstet. Also werde ich eben gucken, was ich die Elben noch vernünftig ausrüsten kann. Das sind Zwerge. Zieht eure Waffen, Elben. In Position. Die kann ich zumindest so ausrüsten. So. Der Feind ist nah. Wir müssen wachsam bleiben. Bleibt wachsam. Bleibt wachsam. Die noch nicht. Zack, zack. Wogen schützen aus Düsterwald. Der schon. Die noch nicht. Sind sie. Die noch nicht. Hier. Okay, okay. Hier, ausrüsten. Erzschleudere! Wir müssen nicht. Dann warten wir ganz gespannt auf den Gegenangriff. Oh, guck mal. Elrond kann den Tornado bauen. Hihi. So, und schon geht's los. Da unten kommt er. Eine Armee aus Mordor hat den Wald verlassen. Wir müssen standhaft bleiben. Die Furcht soll einen Keil zwischen uns treiben. So. Elben, Zwerge und Menschen. Lasst uns den Feind zerschmettern. Meine Herren. So, dann tun wir das da hin. Die Tal darf nicht fallen. Und hier oben. Sammelt euch Elben. Hört sie an. Wir müssen das Land verteidigen. Unser Volk ist in Gefahr. Sie grenzen wieder. Ah, ja, 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 gerade hier oben. Ah. Eine Festung ist gefallen? Wo? Wir sind ja doof. Eine Festung haben die Platt gemacht. Sowas. Meine Festung. Ich baue da extra eine Festung hin und die machen die Platt. Aber nicht ganz klar am Kopf. Unser Volk ist in Gefahr. Lauf! Sie greifen schon mehr an. Unserem Landbrot in Gefahr. Sie attackieren unsere Hausstoffe. Wir haben jetzt nicht... Gang, jawohl, nicht wahr sein hier. So, dieses Ding weghauen. Na komm, den schafft ihr. So, das Ding auch noch weg. Legt sie in den Abgrund zurück. Zurück in die Flamndruck Gefahr. Mögen unsere Waffen sie. Den Typen hauen wir weg. Kann ja wohl nicht sein. Macht uns platt. Oh, das hätte ich auch so machen können. Wir dürfen nicht wanken. So, die machen das schon. Dann kann ich ja hier inzwischen... Die Schlacht nimmt ein böses Ende. Warum? Ich fühle das auch anders. Wir müssen ihn standhalten. Wir müssen ihn halten. Up. Sammelt euch, Elven. Sie greifen die Siedlungen an. Na ja, lasst ihr da oben nochmal angreifen. Das dürfte eigentlich nichts passieren. Wenn, kann ich Tom auch noch wieder rechtzeitig rufen. Oh, ne, die schaffen das. So, so. Arschgelegt. Wir dürfen nicht wanken. Hör euch die an! Wir haben noch viel zu tun. Gut. Dann baut hier hier oben eben nochmal eine Festung hin, sobald die Festung baubar ist. Hä, wer hat eine Katapult gebaut? Ich hab da keinen Kat... Achso, nee, halt. Doch. Ich hab einen Katapult gebaut. Das mächtige. Oben in der Tropen. Wo sollen wir bauen? Werkzeuge bereit? Ich mache nur ein Päuschen. Ich hab auch eine Zwergenfestung hin. Ich glaub, die ist viel besser. Wir haben zwar keinen... Dings, aber wir haben einen Katapult. Dieses Katapult können wir nämlich auch einsetzen. Zum Beispiel... Sie haben einen Drachen gerufen. Sie greifen einen Malonenbaum an. Die Sorge ist auf Bruchtal gerichtet. Ah. Den Drachen lassen wir in Ruhe. Hm. Wie immer. So, irgendwo hab ich jetzt hier hingeschossen. Hat er. Na, immerhin. Obwohl, den Drachen kommen wir ja mal mit. Hier, mit dem Turm. Nein, der wird. So. Ich kann dem ruhig hinterherrennen. Soll mir egal sein. So, unser 3 steht noch, ne? Jawohl. Gut, dann werden wir mit der 2 mal wieder hingehen hier. Da. Hier oben, das Ding ist ausgerüstet. Alles gut. Die bauen neu auf. Okay. So, du kannst mal hier das Ding hier platt machen. Wir dürfen nicht wanken, meine Sitzel. Unsere Feinde kommen über uns. So. Komm, Adler, du kriegst das hin. Muss nämlich jetzt endlich, kann ich ja auch irgendwann mal hier, weil ich ja hier, zack. Wo sollen wir bauen? Zwergenbaumeister. Ich hatte gerade nichts zu tun. So ein Lose-Elbenbaumeister, glaube ich, ja? Es wird Zeit, etwas zu bauen. Wo sollen wir bauen? Das Böse kommt über uns. Bin schon unterwegs. Werkzeuge bereit. Dann bauen wir hier. Ein vor trefflicher Bauplatz. Das Gebäude ist fertig. Aber hier kann ich dafür mal ein bisschen... Unsere Stadt wird größer. Die Belagerungshemmer sind bereit. Wir haben auch noch geholfen hier. Wunderbar, ich brauche gerade nicht reingehen. Hi. Das haut alles von alleine weg. So. So, die Festung steht auch. Zack, 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 zack. Ich lockere nur meine Arme. Was liegt an? Hier unten brauchen wir mal wieder ein paar Malonebäume. Der hat sie ja vor weggeballert. Sie ist doch hier draußen. Oh, der Schießstand ist fertig. Und zwar hier. Ein vor trefflicher Bauplatz. Feines Zwerg hat Wacht. Du baust mal noch eine... ...Darmine hin. Lass den rüchten mal wieder aus. Damit ich auch alle umdurch ausrüsten kann hier. Macht euch bereit, Zwerge. Zack, zack, zack. Belagerungshemmer auch mit. Wir haben ein neues Gebäude. An eure Waffen. Zippe, zippe, zippe. Zieht eure Waffen, Elben. Seid standhaft. Zubi, zubi. Naja, nicht zubi, zubi, sondern zubi, jetzt zubi. Okay. Sammelt euch Elben. Sieht doch ganz gut aus. Wir haben den Schießstand erweitert. Die Schießstand ist erweitert. Da brauchen wir noch Rohstoffe. Na, noch einmal. Los, jetzt. So, die sind auch fast so weit. Und, äh, ne, beziehungsweise, die sind ja eigentlich schon längst so weit. Mach das nicht kaputt! Könnt ihr mal oben noch her? Da, Schmiede, wo ist sie? Schmiede, Schmiede, Schmiede. Wo ist meine Schmiede, da? Zupp. Dann kann ich sie noch ein bisschen verbessern. Du baust hier mal weiter. Zack. Ja, auch, genau. Du hast keine Lust. Jetzt. Bin schon unterwegs. Baumaterial. Baumaterial. Zack. Zack, machen wir hier noch ein Sensor. Wird es dann auch fast reichen. Wie gesagt, ich will hier voll ausgerüffte Zeiten, wenn ich da rein renne. Bist du alleine, oder was? Warum regenerierst du dich nicht? Kann dieses Upgrade nicht benutzen? Bist du doof? Hm, naja, ist er halt alleine. Na gut, dann eben nicht. Wer nicht will, der hat schon. Dann wird er eben relativ schnell fallen, aber das ist ja erstmal egal. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Also, der lebt auch wieder halbwegs. Das heißt, ich kann nur hier. So. Genau. Hier unten irgendwo ist mein Bogenschießstand. Jawohl, das Ding erforschen. Und dann hätten wir alles, was wir brauchen. Hehe. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Ich weiß momentan nicht viel los, aber das geht gleich weiter. Das geht gleich weiter, versprochen. Beziehungsweise, es geht nicht gleich weiter. Es geht in der nächsten Folge weiter. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschöö!